Hey ho und willkommen zu Let's Play Tess of Symphonia! Ja, ich bin hier jetzt gerade wieder in Rosette und jetzt denkt er vielleicht... Was macht der dämliche Final Message auf einmal in Rosette, wo er noch eben den Weg lang gegangen ist und beinahe bei der Tess ausgekommen wäre? Ja, ich habe eine ganze Weile lang offscreen, nochmal bin ich durch den Wald gepistet und habe nichts gefunden. Ich habe mich hier nochmal gepennen gelegt, damit ich die Kampfesverluste wieder aufheilen kann. Ja, und dann habe ich einfach mal eine Lösung zur Ratte gezogen. Ja, wenn man diesen Ausgang hier beim Haus von der Presse herausgeht, landet man nämlich südlich dieses Dorf, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Was mir beim letzten Mal, wo ich hier rausgegangen bin, einfach nicht aufgefallen ist. Ja, und was haben wir hier? Ein Stück Dreck? Es ist ein Haus! Es ist ein Tessershaus, es ist kein Haus! Das ist ein Stück rausgebrochener Schlamm! Schlammlawine! Pabam! Aber nein, es ist ein Haus. Das, was ich die geilste Zeit gesucht habe, wäre ich da einfach nur ein bisschen weiter lang gegangen vorhin, in der letzten Folge, Hätte ich mich so lange gesucht und ich hätte mich so viel unserer Zeit verpleppert. Es tut mir leid, aber jetzt müssen wir hier erstmal nachgucken, ob sich hier irgendwelche schönen Schätze verbergen. Schätze in Töpfen, Schätze in Kisten. Warum können wir diese Kiste nicht mitnehmen? Ein schönes Fenster? Ah, cool, hier ist nichts. Also gehen wir durch die Tür, ohne natürlich vor mir anzuklopfen. Nam, nam, nam. Wir sind da! Oh, oh, die sieht geil aus. Ich bin's, Schätzchen, dein Lover, dein Stecher. Äh, Entschuldigung, wir haben gehört, dass hier ein Dwarf lebt. Ist es eine Chance, dass wir ihn sehen können? Dein Fußwärmer. Deine Hände auf, äh, Baniküre. Das ist doch auch wieder so ein Cyborg-Mädchen! Hat dieser Altesa-Typ die, die, die Prisea auch gebaut oder sowas? Keine Ahnung. Obwohl, vielleicht hat er sie zu seiner eigenen Belustigung gebaut. Mit... Gut, das würden vielleicht Stahlbeine sein, aber die wichtigen Teile werden schon weich genug sein. Wer sind Sie, Leute? Mein Name ist Lloyd. Wir haben uns mit Bezug auf Prisea gekommen. Wir haben uns über dich von Kate und Cybeck gehört. Nein! Geh! Was? Ich will nichts mehr zu tun, ohne gut zu tun. Ich bin jetzt hier raus. Was war das alles? Ich entschuldige. Der Master will nicht mit einer Maschine enthalten werden. Warum? Er will nicht weinen, ob sie sterben? Es ist nicht das. Es ist, weil der Master regrettet, was er getan hat. Dann bitte, save Prisea. All she needs is for her Keycrest to be fixed, right? Ich weiß nicht, ob das wirklich sein würde, in ihr besten Interesse. Warum? Wie kann alles besser sein, als leben in dieser kräublichen Kondition, während ihr zu sterben? Wenn du so verletzt bist, dann solltest du für Inhibitor-Or. Prisea's Keycrest ist nicht aus Inhibitor-Or? Korrekt. Ihr Krest ist... Musst du dir unterbrechen? Das ist ja bestimmt interessantes Detail gewesen. Get rid of them. Ich entschuldige. Ich muss zurück. Return to Sender! Bitte, zurück. Ich will versuchen, ihn zu versuchten. Aber das stimmt nicht. Ich kann nicht gut singen. Wo können wir den Inhibitor finden? Wo können wir das Hemmerz finden? In der Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem-Hem. Ich habe gehört, dass es die Minde in der Munde-Range geht, die zwischen Altamira und der Ymir-Forest ist. Ich würde dir helfen, wenn du eine Keycrest für Prisea kreiersthe machst. Ich kann dich in der Minde führen. Was ist deine Beziehung mit Prisea? Er hat ihre Haare violett, äh, pink gemacht. Es ist nichts. Aber du wirst sicher über sie verankert. Well, egal ob. Du hast noch nichts überrascht. Du bist willkommen, mit uns zu kommen. Du bist willkommen in der Kalisation angegriffen. Der Inhibitor-Ohr ist relativ nahe der Grundsatz der X-Sphäre-Mine. Der Mine, der ich kenne, ist über das Seen von hier, auf dem Südenkontinent. Okay. Du sagst Altamira, oder? Das Ort ist großartig. Lass uns da drücken, auf der Weg. Wir haben nicht Zeit, um an diesem gaudigen Resort zu sitzen. Der Seen? Wir gehen wieder zum Seen? Okay, dann. Ja. Lass uns beeilen. By the way, das hat mich schon seit einigen Jahren verletzt. In der Kanalisation von El Tokio? Okay. Ignore mich. Nicht sehr freundlich, oder? Bitte kommt er ein Stück. Lassen wir es dazu. Oder nicht? Egal. Aber hier scheint irgendwie jeder Charakter sein eigenes Süppchen zu kochen. Ich hoffe, man erfährt auch was über... Egal! Wo er geschreinert wurde. Ja. Aber wir gehen nochmal dem alten Sack ein bisschen auf den Sack. Du hast ja kein alter Sack. Hallo Mädchen. Hier, komm mal in meiner Hand oder dein Bettvorleger. Bitte kommt später wieder. Ich werde mit dem Meister sprechen. Und der Meister wird mir so wehtun. Oh, 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 oh. Rettet mich. Nein, du willst nicht von Seelos gerettet werden. Hm, er könnte dich mit Viagra füttern. Bringt das bei Frauen was? Lass mich in Ruhe. Na gut. Hat der da ein Fernseher hinten stehen? Ne, das war eine Kiste. Ah, das war eine Kiste. Ah, Fernseher. Ich meine nur, es wäre nahe anliegend, wenn man schon in dieser Welt Navis und GPS oder sowas hat. Was keinen Sinn macht. So, jetzt müssen wir natürlich nicht... Ist Tabata ein Engel? Okay, dieses Kind hätte ich mir bei ihm angucken sollen, weil das wäre vielleicht etwas ausschlussleicht gewesen. Je nachdem, was man aus Informationen davor rauszieht. Aber ich frage mich ja, was der Regal mit der Prisea zu tun hat. So, ich sehe euch am anderen Ende dieses Dorfes. Hoffe ich. Ich hoffe doch, dass ich diesen Weg nicht zeige, ansonsten macht das keinen Sinn, oder? Na gut, dann schneide ich es halt nicht raus. Lassen wir es. Okay, dann muss ich diesen Weg jetzt mit irgendwie Inhalt füllen. So, da sind wir ja auf dem falschen Weg, weil da geht's hoch. Da wollen wir runter, wir wollen auf die andere Seite. Jetzt müssen wir wieder... Ich hoffe, wir müssen nicht ganz zurück zum Anlegesteg. Deswegen durchsuche ich jetzt diese Welt noch ein wenig auf dieser Seite hier, dieser Brücke. Weil da haben wir noch nicht, da haben wir uns noch nicht so viel umgeguckt. So, schauen wir mal. Bei mir ruckelt jetzt gerade die visuelle Darstellung im Video. Was mir nicht gefällt, weil ich das sehr schlecht kommentieren kann. Und was sehen meine entzündete Augen? Was mir in der Vorname rennt, ist ein Steak. Aber kein Filet-Steak, sondern ein Anlegesteg. Wie heißt jetzt die Frage? Gehen wir zum Anlegesteg oder gehen wir zurück? So, von hier aus im Norden ist eine Insel mit einem grauen Punkt, der jedweden... Äh, wie heißt das? Ähm, der jedweden... Also ein so einer Punkt der Ortschaft und sowas widerspiegelt. Da vermute ich jetzt die Mine, weil ich nicht richtig zugehört habe, eben das Regal gesagt habe. Ja, da vermute ich die Mine. Aber ich will noch nicht direkt diese Mine anfahren, weil es gibt jetzt... Wo wir jetzt endlich aus diesem inneren Kreis raus sind. Oh, da komme ich bestimmt nicht durch. Was? Da komme ich durch? Und durch diese riesen Öffnung im Inneren, dieser drei großen Kontinente, konnte ich nicht durch? Was ist das für ein Schwachsinn? Mein Gott, diese Spielentwickler, was denken Sie? Was rauchen die? Bestimmt uns Hühnerbein. Äh, weiter geht's. So, jetzt suchen wir mal nach... Ja, die ganze Welt steht uns offen zur Erkundung bereit. Und da uns die ganze Welt zur Erkundung bereit steht, bin ich doch jetzt ein Idiot, wenn ich hier nach oben da gefahren wäre. Ja, jetzt gibt's viel, viel belanglosen Krams. Ich habe nichts gegen euch Zuschauer, die das überspringen wollen, weil man mitunter einfach nur unterwegs ist und einfach nur Sachen erkundet. Aber ich bin halt eine Entdecker Natur. Ich benutze gerne die Möglichkeit, die mir ein Spiel gibt. Und warum? Gibt es in Tithia alle auch wenig Zwerge? Scheint so zu sein. Haltessa ist der Einzige, von dem ich weiß. Also ein Zwerg pro Welt. Kann also nicht von Zwerg überbevölkert sein. Also ist der allein, er muss einsam sein. Deswegen macht er sich auch wegfreund, den dann selber. Ah, ich wünschte, ich könnte das auch. Na. Kann mir jemand eine Freundin basteln von euch? Das wäre schön. Hey, was ist los? Ich meine eine... Ihr wisst schon. Äh, nichts. Ich frage mich nur, was Papst wohl gerade macht. Er bastelt sich eine Frau. Was andere würde ich auch tun, wenn ich eher wäre. Ah, ha, ha, ha. Leute, hat da einen weh? Na, nein, habe ich nicht. Und China guckt sich das Ganze nur amüsiert an. Toll. Äh, schon wieder so ein dämliches Skid. Was, ich meine, was... Was haben sich Entwickler dabei gedacht, als sie das eingebaut haben? Dass man doch nicht mal wie normalen Text... Wie, wie beispielsweise die Welt... Wie heißt das so? Tipps, Text, Tups. Nee, wie hieß es mal? Skids, genau. Diese Welt-Skids auf der Weltkarte. Ich meine, da kann man mindestens den Text so wegdrücken, wie man es habe. Oh, ein Steg. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Ein Steg auf einer Insel. Was wohl dieses Steg auf einer Insel? Lieber wissen wir, was wir da... Was wohl dieses Bü... Oh, mein Gott, was sage ich hier? Was wohl dieses Örtchen hier sein? Sehr interessant. Vielleicht gibt es hier auch neue Gegner. Deswegen speichern. Und gucken, ob ich sie besiegen kann. Es geht immer wieder. Es sind Skorpione. Es ist ein Glupf... Lüppsch-Augen-Fledermost-artiges Vieren. Irgendwas seltsam. Es ist vielleicht irgendwie eine neue Form dieser Mantis. Heusticken-Gottesanbietungs-Gegner. Keiner. Ha-ha-hat! All right! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020